Liebe Nelly, du musst nicht antworten, aber mich würde interessieren, wie du dazu stehst. Würdest du noch einmal heiraten, wenn du einen tollen Mann kennenlernen würdest? Heißt das für dich, dass du nie wieder heiraten wirst? Ich weiß nicht, wie ich handeln würde, aber die Vorstellung, den Rest meines Lebens alleine zu bleiben, ist für mich schwer vorstellbar. Würde mich über eine Antwort freuen, ganz liebe Grüße. Nach der letzten Fragerunde und meiner Antwort zum Thema Scheidung, habe ich ganz viele Fragen zu genau diesem Themenpunkt erhalten. Und weil es mir wichtig ist, meine Antwort bibeltreu zu halten, habe ich einfach mich heute noch einmal drangesetzt und den ersten Korinther 7, Kapitel 7 ausgearbeitet und dazu einfach ein paar Schemas vorbereitet, die ich euch jetzt kurz vorstellen möchte. Bevor wir diese Frage beantworten können, schauen wir uns an, welche drei Gründe laut der Bibel legitim sind, um eine Scheidung durchzuführen. Erstens, wenn der Mann stirbt, zweitens, wenn Ehebruch begangen wird und drittens, wenn ein ungläubiger Mann aufgrund des Glaubens der Frau nicht mehr bereit ist, die Ehe fortzuführen und die Scheidung einreicht. Und jetzt schauen wir uns genau die versprochenen vier Schemas an. Beim ersten Schema handelt es sich um Scheidung aufgrund von Ehebruch. Wir sehen hier eine christliche Ehe. Ein Mann und eine Frau sind wiedergeboren und heiraten. Dann begeht der Mann Ehebruch, hat außerehelichen Sex. Dies ist biblisch gesehen ein legitimer Scheidungsgrund. Das heißt, die Frau darf sich in diesem Fall von ihrem Mann scheiden. Jedoch ist biblisch gesehen auch die erste Option, die für uns Christen besteht, natürlich der Versuch, dem Partner zu vergeben. Wenn dieser Akt nicht möglich ist, so in dieser Vergebung und einer Versöhnungshaltung zu leben, dann ist laut der Bibel eine Wiederheirat möglich. Im zweiten Schema handelt es sich um Trennung eines Ehepaares aufgrund des Todes. Hier haben wir wieder eine christliche Ehe zwischen Mann und Frau. Der Mann verstirbt und biblisch gesehen hat eine Frau, eine Witwe, nach dem Tod ihres Mannes die Möglichkeit zu wieder heiraten. Im Schema Nummer drei handelt es sich um eine Scheidung ohne einen legitimen Grund. Wir haben hier wieder einen Ehepaar, beide christlich. Das heißt, beide sind wiedergeboren und schließen einen Ehebund. Und der Mann lässt sich gesetzlich scheiden, ohne einen biblisch legitimen Grund zu haben. Hier ist eine Wiederheiratung nicht möglich, denn der Ehebund bleibt vor Gott aufrecht. Sie sind nicht frei, eine neue Ehe schließen zu dürfen. Die einzigen Optionen, die dabei bleiben, ist biblisch gesehen die Versöhnung. Beide finden wieder zueinander oder sie müssen alleinstehend bleiben. Eine Wiederheiratung ist in diesem Fall nur möglich, wenn der Mann verstirbt oder außerehelichen Sex begeht oder beziehungsweise dann heiratet, mit einer anderen Frau sozusagen den Bund eingeht. Dann gilt diese Frau wieder als unverheiratet und darf wieder heiraten. Das letzte Schema habe ich Scheidung aufgrund der Glaubensunterschiede genannt. Hier haben wir ein unchristliches Ehepaar, das die Ehe auch schließt und dann im Laufe der Ehe die Ehefrau hier in diesem Fall zu Jesus findet, gläubig wird, wiedergeboren ist. Und dann der Mann aber dieses Verhältnis so in diesem Glaubensunterschied nicht aushält und die Frau bittet zu GnR, reicht die Scheidung ein, den Antrag auf Scheidung. Und hier ist auch der legitime Scheidungsgrund vorhanden, sodass die Frau quasi damit sich einverstanden erklärt. Und nach dieser Trennung ist eine Wiederheirat möglich. Das waren also meine Antworten auf eure Fragen und ich habe mich bei allen Antworten an der Bibel orientiert. Falls du jemanden kennen solltest, der vielleicht auch sich zu diesem Thema beschäftigt, dann würde ich mich freuen, wenn du dieses Video teilst.